ja auch angenehm muss man ja sagen das große gesellschafts aquarium auch wieder so viele regenbogen fahren ja da freuen sich wieder die satanisten muss man ja wieder sagen und dann auch die diamanten effekt hier oben auf weia blau und rot da müsst ihr ja glücklich sein jetzt war war ja nur mal so und die ganzen leute aus den usa fans war medusa fans sozusagen die müssen jetzt optik schieben bei dem farbzusammenstellungen ja ja was soll ich sagen vorgestern wasserwechsel gemacht wisst ihr ja aber jetzt wollte ich noch mal zeigen die abend einstellung der übergang zum dunkel werden